Untertitelung des ZDF, 2020 So, langsam sind die Karten weg, ne? Ja? Ja! Lohet gut? Ja! 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 Schönen guten Abend! Ähm... Ich möchte hier mit das 4. Volksverfassungsgerät... Ähm... Ich bin wie jedes Jahr ein bisschen sehr aufgeregt. Ähm... Das wird sich im Laufe des Abends geben. Ich... Ähm... Ja, möchte auf jeden Fall mit dieser Band hier beginnen. Sieh, dieser Wind ist aus Warschau angewiesen. Es ist Magda, Magda Biskutschek. Wo bleibt denn heute McAble? Warum ist McAble nicht auf der Bühne? Klar, er war dreimal dabei, durfte nicht wiedergewählt werden. Aber der McAble hatte einen Tipp. Und dieser Tipp sitzt jetzt hier. Den haben wir extra aus den Staaten geholt. Ihr glaubt mir so und so nicht, aber er stimmt. Spaß mit Ben Prestig. Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018